Hilfe, mein Hund hat Gelenkprobleme! Einer von fünf Hunden hat im Laufe seines Lebens mit Gelenkproblemen zu kämpfen. Die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten, deinem Hund zu helfen, seine Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Die richtige Ernährung. Spezielle Futtermittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren und Glucosamin sind, können Entzündungen reduzieren und die Gelenkgesundheit unterstützen. Aber vergiss nicht die Bedeutung von Bewegung, sie hält die Gelenke geschmeidig. Natürlich solltest du es nicht übertreiben. Sanfte Spaziergänge und spezielle Physiotherapie-Übungen machen den Unterschied. Auch Gewichtsmanagement ist entscheidend. Jedes zusätzliche Kilogramm kann die Gelenke deines Hundes unnötig belasten. Und schließlich, habt ihr schon mal von Hydrotherapie gehört? Das ist Schwimmen unter kontrollierten Bedingungen, perfekt für Hunde mit Gelenkproblemen, da es die Muskeln stärkt, ohne die Gelenke zu belasten. Wie gehst du mit Gelenkproblemen bei deinem Hund um? Hast du eigene Erfahrungen oder Tipps, die du teilen möchtest? Lass es uns in den Kommentaren wissen und helfen wir gemeinsam unseren Hunden glücklich und schmerzfrei zu leben.